Musik Schreckmoment für eine russische TV-Moderatorin. Die Kamera läuft. Es sind noch wenige Sekunden bis zur Sendung. Die Moderatorin übt noch einmal ihren Auftritt. Schließlich frischt eine Visagistin das Make-up auf und zupft die Kleidung zurecht. Als sie dabei versehentlich einen Faden löst und das Kleid öffnet. Nur die schnelle Reaktion der Moderatorin verhindert, dass sie ohne Kleid mit nacktem Busen ihre Sendung beginnt. Außer sich schreit sie den Regisseur an, der wettert zurück. Schließlich bleibt ihr nur ein Ausweg aus der Misere. Sie taucht ab und verschwindet aus der Bildfläche. Gut für den Sender Tomsk FM. Ein Mitschnitt des Fastbusenblitzers schafft er es ins Internet und sorgt seitdem bei YouTube für Furore.